Ich sag mal hallo, während Sie sich verschluckt, ja zu viel frische Luft ist auch nicht gut, bzw. draußen an der frischen Luft wäre das jetzt nicht passiert. Schön, dass Sie dabei sind. Wir stellen uns hier bei Pearl TV schon komplett auf Frühling ein und ich hoffe, Sie auch. Die Temperaturen gehen schon langsam in die Richtung. Es wurden am letzten Wochenende ja schon bis zu 20 Grad in Deutschland gemessen. Und da macht es natürlich Spaß, wieder rauszugehen. Aber vielleicht nicht nur zu Fuß und schon gar nicht mit dem Auto, sondern vielleicht auch mal auf einem Fahrrad. Und Kathi hat sich da gleich drauf gepflanzt. Das ist nämlich unser derzeitiger Bestseller hier, unser Pedelec, unser Club-Pedelec der Extraklasse. Genau, da sitzt ich schon drauf und jetzt habe ich mich wieder einbekommen. Ich bin hier am Husten wie eine Wilde, Gottes Willen. Ich hoffe, Sie verschlucken sich da nicht. Na, das ist wirklich Fahrradfahren vom Allerfeinsten. Es macht riesen viel Spaß und das können Sie auch bald haben, wenn Sie hier bei uns zugreifen. Schauen Sie sich das mal an. Wann war Ihre letzte Fahrradtour? Ist schon ein bisschen her. Ja, hier macht das wieder richtig Spaß mit diesem tollen Pedelec. Das ist ja ein Fahrrad, das Fahrradfahren so einfach macht und das finde ich hier so schön. Ja, und jetzt sprechen wir auch mal von den Leuten, die vielleicht schon lange keine Fahrrad mehr gefahren sind, aus dem einfachen Grund, weil Ihre Knie oder Ihre Knochen nicht mehr so ganz mitspielen. Ein Pedelec, das müssen wir jetzt kurz erklären, hat einen Elektromotor, hier sogar einen bürstellosen Elektromotor. Und dieser unterstützt auch ein Vielfaches Ihre eigene Tretleistung. Das heißt, Sie machen im Prinzip nur die Bewegungen mit ganz, ganz wenig Krafteinsatz. Alles andere übernimmt der Elektromotor und jetzt sogar bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Möglich gemacht wird das durch diesen Akku, den Sie hinter dem oder unter dem Sattel sehen, der hier genügend Kapazität hat, um Sie für 28 Kilometer Strecke permanent zu unterstützen. Das heißt, wenn man auch ab und zu mal ohne Unterstützung fährt, kann man hier richtig tolle, lange Radtouren planen. Und das ist eben das Schöne, die Natur mal hautnah hier erleben. Ist das nicht toll? Lange Fahrradtouren endlich wieder? Sie haben es gehört, eine Akkuladung hier von diesem tollen Akku bis zu 28 Kilometer. Und wenn Sie da noch selber weiter treten, dann schaffen Sie auch Touren, zum Beispiel 30, 35 Kilometer. Überhaupt kein Problem. Wie das Ganze ausschaut, kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Ich drehe es einmal ganz kurz. Die Wupp, ja. Dann können wir uns das nämlich auch mal anschauen. Der ist nämlich hier auch mit einem Schlüssel einfach so festgemacht, dass der auch nicht geklaut werden kann. Den kann man dann nämlich auch rausnehmen. Kann ihn hier ganz einfach, wenn man möchte, aufladen. Da ist sogar noch ein USB-Ladeplatz daneben. Richtig, wenn du mal unterwegs Rast machst, du merkst, oh, mein Handy geht zur Neige, kann man es hier wieder aufladen. Also auch dafür bestens geeignet. Das ist einfach durchdacht von oben bis unten. Und natürlich den Akku entnehmen, wenn du wieder zu Hause bist nach der Radtour. Dann nimmst du ihn einfach mit hoch in die Wohnung und lädst ihn dort wieder auf, damit er wieder volle Kapazität für die nächste Radtour hat. Also Sie sehen, ganz, ganz einfach zu handhaben. Und trotz dieser Motor-Elektromotor-Unterstützung und einer Spitzengeschwindigkeit hier von 25 Stundenkilometer brauchen wir keinen Führerschein. Nicht mal eine Mofa-Prüfbescheinigung. Also überhaupt nichts. Und wir brauchen auch keine Versicherung. Das heißt, ich kann mit dem fahren wie mit jedem anderen Fahrrad auch. Jetzt nehmen wir mal an, Sie, und da denke ich mal, sind es viele, Sie wohnen gar nicht so in der Gegend, wo Radfahren so viel Spaß macht. Weil die ersten 10 Kilometer wären einfach fast nur Asphalt und irgendwelche Häusermeere. Ja, dann packt man das Pedelec einfach in den Kofferraum. Und das ist eben das Schöne noch. Diese Flexibilität, werkzeuglos zusammenklappbar. Und Kathi zeigt Ihnen das jetzt mit drei Handgriffen. Das geht so einfach. Ist das komplett zusammengeklappt. Und dann ab in den Kofferraum. Und dann fahre ich dorthin, wo ich richtig Radfahren kann. Pack's dort wieder aus. Vielleicht sogar zwei, wenn der Partner mitgeht. Und das ist bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis ja überhaupt kein Problem. Haben Sie gesehen, wie schnell das geht? So einfach ist das Fahrrad zusammengeklappt. Mit wenigen Handgriffen. Ruckzuck. Und dann kann man das ruckzuck in den Kofferraum einladen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, auf die Uhr zu schauen. Das waren also unter 30, 15 Sekunden vielleicht zum Zusammenklappen. Aber genau so schnell ist es wieder aufgeklappt. Ja, soll ich mal zeigen? Jetzt ist ja die Zeit, wo wieder die ganzen Prospekte im Briefkasten sind. Von den Fahrradhändlern, von den Fahrradfachgeschäften. Und ich habe bei mir natürlich auch schon einen drin gehabt. Und ja, da sind auch Club-Pedelecs. 20 Zoll groß, also so wie unseres drin. Aber da ist kein einziges unter 1.000 Euro. Und jetzt schauen wir hier auf den Preis. Da bekomme ich zwei Stück und bin immer noch unter 1.000 Euro. Aber schnell sein. Sichern Sie sich den Platz in der nächsten Lieferung. 446,41 Euro. Das ist ein wirklich schon fast fabelhafter. So was gibt es normalerweise nämlich nur im Märchenpreis. Und hier kann ich sagen, das ist kein Märchen. Das ist unser TV-Sonderpreis. Ist das klasse, oder? 446,41 Euro für ein Pedelec, für ein tolles Fahrrad mit dieser Tretunterstützung. Inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Das ist das Gesamtpaket für Sie. Das unterstreichen wir hier nochmal. Das Gesamtpaket für 446,41 Euro. TV-Sonderpreis an der Stelle für Sie. Ja, und da können Sie jetzt direkt zugreifen. Da sind Sie auf jeden Fall dann in der nächsten Lieferung mit dabei. Das heißt, schnell in die Leitung gehen und hier zugreifen. Bestellen Sie gleich zwei. Das machen die meisten direkt, ja. Gleich zwei bestellen. April kommt die nächste Lieferung. Seien Sie da mit dabei. Und sichern Sie sich Ihre tollen Fahrräder. Leicht radeln. Lange radeln. Sie haben es gehört. Eine Akkuladung, 28 Kilometer Reichweite. Da schaffen Sie auch mal wieder lange Fahrradtouren. Und dank dem Zusammenklappen, diese schnelle Zusammenklappe, einfach zusammenklappen, klein und kompakt zusammenklappbar das Ganze, können Sie es auch perfekt mitnehmen. Zum Beispiel im Auto oder zum Beispiel auch im Wohnwagen, im Wohnmobil. Ja, viele haben uns auch schon geschrieben, haben gesagt, das ist ideal jetzt für den Urlaub. Gerade da ist man ja sonst so unflexibel. Wir nehmen diese Räder mit in den Urlaub. Da können wir endlich auch die langen Fahrradtouren im Urlaub machen, können dann auch zum Brötchen holen, zum Einkaufen fahren. Das ist doch ideal dafür, ja. Natürlich, ja, das geht wunderbar. Und Sie sehen, ich kann es gern nochmal zeigen, das ist alles werkzeuglos möglich. Auch die Höhenverstellung, zum Beispiel vom Sattel. Kann ich gern nochmal zeigen. Schauen Sie, das geht alles werkzeuglos, hier hoch und runter. Und das sind einfach diese Klemmverschlüsse, die man an der Seite hat. Wichtig ist auch hier der Sattel hinten. Finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass ein Sattel bequem ist. Oh ja. Gerade bei den längeren Fahrradtouren auch. Schauen Sie, wir haben hier hinten diese kleinen Spiralen mit dabei. Der ist schön gepolstert, der ist oben auch schön dick, schön weich gemacht, ein bisschen breiter, ganz, ganz schön. Vorne der Lenker übrigens im Lenkbereich. Auch den können Sie in der Höhe verstellen. Ich habe den ja jetzt ein bisschen runtergestellt. Ich bin ja nicht ganz so groß. Den können Sie aber auch hochstellen, den können Sie runterstellen, auf Ihre Höhe einstellen. Auch hier wieder mit diesen Spannverschlüssen, so wie Sie das wollen. Ja, egal ob Sie groß oder klein sind, ganz einfach einstellen auf Ihre Bedürfnisse. Und wer jetzt noch nie mit einem Pedelec gefahren ist, sondern einfach nur das alte Radfahren in Erinnerung hat, das ist ein Riesenunterschied. Und ich muss sagen, als ich zum ersten Mal auf so einem elektromotorgetriebenen Fahrrad war, stand, dann saß, nicht stand, sondern saß, habe ich so ein Grinsen ins Gesicht bekommen und es ging nicht mehr raus. Das macht unglaublich viel Spaß. Und was jetzt ab meinem Alter auch ganz, ganz wichtig ist, die Knie werden geschont, weil wir wissen das alle. Gerade wenn man mal ein bisschen Probleme mit den Knien gehabt hat oder auch noch hat, Bewegung ist für die Knie immer gut, nur nicht Anstrengung. Und hier ist es genau die perfekte Kombination. Bewegung, aber ohne Anstrengung, denn die Anstrengung wird Ihnen vom bürstenlosen Motor abgenommen. Bürstenlos ist auch noch so ein Stichwort. Damit ist er so gut wie verschleißfrei. Das heißt, eine Langlebigkeit dieses Elektromotors ist hier garantiert. Und dementsprechend ist das eigentlich das perfekte Fahrrad oder Pedelec, mit dem man nicht nur dieses Jahr, sondern in zwei, in fünf, in zehn und in wahrscheinlich 20 Jahren noch wunderbare Radtouren machen kann. Und jetzt eben, ich muss auf dem Preis rumreiten, weil ich das immer noch für nicht möglich halte. Ein Pedelec in dieser Qualität für 446,41 Euro habe ich noch nie vorher auch nur annähernd zu diesem Preis gesehen. Ja, das stimmt. Normale Fahrräder, wenn man schaut, ein ganz normales, herkömmliches Fahrrad kostet ja schon 450, 500 Euro. Und ein ganz herkömmliches Fahrrad. Und hier haben wir ja das Fahrrad, ein Pedelec mit dieser tollen Tretunterstützung, mit dem bürstenlosen Motor, inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Das ist ja hier, was wir für Sie haben, das Komplettpaket. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Das Komplettpaket jetzt hier, Sie sehen das, Akku ist dabei, Motor ist dabei, Ladegerät haben wir für Sie im Lieferumfang dabei. Das Komplettpaket für 446,41 Euro. Und ja, wir bekommen gerade auch jetzt wieder viele Anfragen. Selbstverständlich können Sie gleich auch zwei oder davon vorbestellen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie sagen, für mich, für meine Ehefrau, für den Partner mitbestellen, kein Thema. Die nächste Lieferung, die wir haben, da sind Sie dann auf jeden Fall mit dabei. Das ist immer ganz stark nachgefragt. April kommt dann die nächste Lieferung schon bei uns rein. Da sind Sie dann auch auf jeden Fall mit dabei. Die NX 9510 und die 569. Ich kann es auch nochmal zeigen, das geht wirklich auch beim Zusammenklappen sehr, sehr einfach. Damit Sie sich auch im Auto nichts kaputt machen, ich zeige es nochmal mit den Pedalen. Einfach hier die Pedalen drücken Sie so rein, dann klappen die sich direkt weg. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Zack, zack, ja das Ganze. Auch den Sattel hier einfach nach unten machen, dann nimmt er auch keinen Platz weg. Lenker kann man ja auch nach unten machen. Hier im oberen Teil auch einfach diese Spanner lösen. Zack, ist der Lenker im oberen Teil weggeklappt. Auch hier im vorderen Teil haben Sie diesen Spanner. Einfach zack, einmal wegklappen und dann klappt man das ruckzuck zusammen. Schon ist es kompakt weggeklappt und dann sehen Sie das, dann können Sie das einfach anheben. Und das kann man auch als Dame wunderbar, Sie sehen das, selber in den Kofferraum hineinheben. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist nicht anstrengend. Kann man selber reinheben, selber rausheben. Überhaupt kein Thema. Deshalb zeigen wir das auch immer. Das geht wunder, wunderbar. Und dann hat man das schnell wieder zusammengeklappt, wenn man möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch gerade jetzt für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht gar kein Auto haben, die auf ein Fahrrad dann auch angewiesen sind, ist das natürlich jetzt hier ein ideales Fahrrad mit diesem Akku, weil man da viel mehr Freiheit hat, viel mehr Reichweite als mit einem normalen Fahrrad, um Sachen auch zu erledigen. Wenn man denkt, Arztbesuche zum Beispiel oder auch Einkäufe, wenn man das normalerweise zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt mit dem Fahrrad erledigen muss, da ist man ja immer eingeschränkt in der Reichweite oder dann auch auf die Busfahrtzeiten angewiesen. Hier haben Sie ja jetzt ein Fahrrad mit 28 Kilometer Akkureichweite, mit dem Sie ganz, ganz viel erledigen können, mit dem Sie viel mehr Flexibilität haben. Deshalb überlegen Sie sich das. Bestellen Sie sich eins bei diesem Spitzenpreis, den wir hier heute für Sie haben. Und vor allem, es macht unglaublich viel Spaß, das kann ich Ihnen sagen, Radfahren, andere Dimensionen. Und es ist jetzt was anderes, ob ich durch die Natur mit dem Auto fahre bei offenem Fenster oder mal mit dem Fahrrad, weil dann bin ich hautnah dabei. Ich werde auch Sachen entdecken, die ich bis jetzt gar nie gesehen habe und auch mal wieder die Schönheit der Natur erleben. Und das ist im Frühling natürlich besonders schön, wenn alles anfängt zu blühen. Ich liebe ja diese Jahreszeit, wenn du so tief Luft holst und das jetzt hautnah neben den bald kommenden Kirschblüten vorbei und ähnlichem. Also ich finde es klasse, dass wir sowas jetzt zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Bitte jetzt schon vorbestellen, damit Sie bei der nächsten Lieferung dabei sind. Diese Pedelecs sind so heiß begehrt, also da können wir sicher sein, dass auch die nächste Lieferung bald vergriffen sein wird. Die 146,41 Euro mit der NX 9510 und der 569 können Sie direkt bestellen. Die Kollegen im Callcenter sind dafür Ihre Bestellung da unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Oder Sie können auch gerne online bestellen unter www.pearl.tv. Ja, das geht selbstverständlich auch. Und ja, Sie können auch gleich 2 bestellen. Das machen viele, das dürfen Sie auch. Ich kann das nochmal hier zeigen, ich drehe es noch einmal so ein bisschen um, damit wir uns das nochmal angucken können. Sie haben jederzeit hier im vorderen Teil am Lenker auch immer die Kontrolle, wie voll der Akkustand ist. Da kann man hier so draufklicken. Das ist mit dem Ampelsystem dann gekennzeichnet. Das finde ich auch sehr schön gemacht, wenn man mal kontrollieren möchte, wie sieht es aus mit meinem Akkustand. Und auch während der Fahrt ist es jederzeit möglich, einfach ein Klick, zack und dann sieht man das immer. Und dann muss man nicht mal den Lenker zu los lassen. Also wirklich auch sehr sicher gemacht, sehr schön gemacht. Sie bekommen selbstverständlich im Lieferumfang da auch alles mit dazu. Katzenaugenlicht und so weiter. Also komplett, schöne Klingeln mit dabei. Also sehr, sehr komfortabel das Ganze. Akku, Ladegerät, alles mit dabei. Ständer. Und Sie können auch hier auf den Gepäckträger dann noch ein Körbchen drauf machen, wenn Sie möchten. Oder auch eine Tasche drauf machen. Auch das ist hier überhaupt kein Problem. Das ist auch super gemacht. Also hier wirklich schön gearbeitet, das Ganze sehr bequem. Und wir sind ja alle schon Probe gefahren. Sie sehen ja immer die kleinen Filme zwischendurch. Die Diana sehen Sie ja da immer rumbrausen in unseren Filmen. Aber wir sind alle schon so ein bisschen damit gefahren. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie der Ralf vorher auch schon gesagt hat, es ist einfach so ein leichtes Fahren. Weil man tritt in die Pedale und man fährt dann von alleine. Es fühlt sich so an, als ob einem jemand hinten so ein bisschen so einen Schubs gibt. Und man fährt von ganz alleine ohne Anstrengung. Das ist so toll, selbst bei so einer kleinen Steigung. Richtig, also das ist aber auch der große Unterschied. Wenn Sie jetzt meinen, wie bei einem Motorrad oder bei einem Moped, ich sitze drauf und gebe Gas. Nee, das ist nicht. Sie müssen sich, Sie dürfen sich selber bewegen. Aber das alles ohne Kraftaufwand. Also genau das, was eigentlich immer empfohlen wird. Bewegung, Klasse. Aber bitte zu hohen Kraftaufwand, gerade wenn man es an den Knien hat, hier vermeiden. Und das können wir hier eins zu eins sagen, dass das hier passt. Und das ist eben das Faszinierende. Nochmal, das ist alles führerscheinfrei. Ich brauche auch keine Versicherung. Auch Helmpflicht besteht nicht. Wobei wir hier immer noch zu Helmen raten würden. Weil der Kopf ist halt doch das Wertvollste, was wir haben. Und wir haben ja dann auch eine Vorbildfunktion gegenüber unseren Kindern und unseren Enkeln. Genau, deshalb da achten Sie bitte drauf. 446,41 Euro. Seien Sie bei der nächsten Lieferung mit dabei. Die kommt dann im April. NX 9510 und die 569. So stark nachgefragt jetzt auch schon wieder. Gleich bitte in die Leitung gehen. 0,180, 51,51, dreimal die zwei. Oh Gott, das geht hier weg wie warme Semmeln. Natürlich, bei dem tollen Preis, den wir haben. Kein Wunder. Sie haben hier diesen 24 Volt Akku, 4,4 Amperestunden. 28 Kilometer reicht der auf jeden Fall. Wenn Sie weitertreten, auch für 30, 35 Kilometer, kein Problem. Deshalb legen Sie los mit Ihren langen Radtouren und das sogar richtig, richtig schnell, dann entspannt, ohne Anstrengung. Ist das nicht toll? Ja, das macht richtig viel Spaß. Wenn Sie dann mit dem Fahrrad unterwegs sind und dann vielleicht auch mal so richtig schön die Sonne scheint, dann möchten Sie vielleicht auch eine Sonnenbrille tragen. Vielleicht sind Sie aber Brillenträger und sagen, ach nee, ich als Brillenträger, dann mit einer Sonnenbrille. Das ist immer so schwierig. Wir haben da was für Sie vorbereitet. Und zwar können Sie bei Ihrer normalen Brille, die Sie tragen, einfach dann so tolle Sonnenbrillen-Clips drüber setzen. Und die haben wir für Sie im Angebot. Also das ist jetzt wirklich hervorragend. Wenn man Brillenträger ist und eine Sehhilfe braucht, weiß man das? Wenn ich eine Sonnenbrille brauche, braucht die den gleichen Schliff. Und das geht oftmals richtig ins Geld. Jetzt brauche ich, ohne eine neue Sehhilfe zu haben, kann ich trotzdem aus meiner Brille eine Sonnenbrille machen. Und wir haben hier vier Modelle für Sie. Alles UV-Schutz 400. Die ganzen Brillen-Clips, die wir jetzt sehen, sind auch polarisiert. Das heißt, es blendet nichts mehr. Es gibt scharfe Konturen. Und Sie sehen, passt genau. Wir haben hier vier verschiedene Typen von Clips. Das ist der Allround. Der passt jetzt hier absolut perfekt auf diese Brille. Aber der eine oder andere hat vielleicht eine Lesebrille oder eine Sehhilfe, die anders geformt ist. Dann bleiben Sie unbedingt dran, weil ich glaube, wir haben hier für fast jeden Brillentyp genau das Richtige. Und das ist super einfach zum Dran- und Abmachen, weil da ist einfach so ein kleiner Clips hinten dran. Sie sehen das. Und da drückt man einfach so drauf und dann macht sich das automatisch an der Brille fest. Also super, super praktisch das Ganze mit diesem kleinen Clips an der Seite. Also ganz, ganz einfach zum Befestigen. 9,41 Euro und genau das Richtige. Hier der Allrounder mit der PE 1690 und der 569 für 9,41 Euro. Wir blenden Ihnen jetzt aber mal alle Modelle ein. Also schauen Sie einfach, wie Ihre Brille geformt ist. Und dann können Sie hier direkt sich Ihren Sonnenbrillen-Clip bestellen. Da sieht man es jetzt einmal. Also wir haben hier die oval geformte Version, die slim geformte Version und dann die fashion geformte Version. Schauen Sie einfach, wie ist Ihre Brille geformt. Und dann haben wir jetzt die passende Bestellnummer für Sie dazu eingeblendet. Also da kannst du so viel Geld sparen. Und wirklich, wenn man erstmal sieht, wenn ich je nachdem, was für eine Sehstärke ich habe, dann habe ich noch eine flexible, also kurz und weite Sicht hier mit einer Gleitbrille heißt das, glaube ich. Und wenn ich da noch eine Sonnenbrille mache, dann geht das schon bei vielen Menschen an die finanziellen Grenzen. Hier mit 9,41 Euro ist Ihre Sehstärke komplett egal. Das passt auf Ihre Brille. Schauen Sie, welche Form. Das ist nochmal der Allrounder. Das ist hier die ovale Form, die ich habe. Hier sehen wir gleich die Smart-Form. Da sehen Sie die ovale Form. Also wenn Sie mehr eine Runde haben. Hier Smart und nachher haben wir noch die Fashion. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Was wir hier auch deutlich sehen, ist das polarisiert. Das heißt, da haben wir noch bessere Sicht und vor allem UV-Schutz 400. Also genau das, was wir uns eigentlich bei einer hochwertigen Sonnenbrille vorstellen. Und das kann ich jetzt einfach drüber klippen auf meine bereits vorhandene Sehhilfe. Super, oder? Ganz einfach drüber klippen und schon hat man eine fantastische Sonnenbrille. Und das jetzt hier für 9,41 Euro. Deshalb schauen Sie, wie ist Ihre Brille geformt. Und dann bestellen Sie sich den passenden Clip zum drüberziehen. Man kann natürlich auch gleich zwei bestellen. Dann legt man einen Clip vielleicht ins Auto, den anderen in die Handtasche. Dann hat man immer den Clip direkt zur Hand. Das ist so ein clever, weil bei 9,41 Euro kann man sich auch zwei Clips bestellen. Das ist ja ein super Preis heute hier. Dass Sie immer einen Clip dann für Ihre Brille haben, um den gleich drüber zu setzen. Wir haben die unterschiedlichen Clips. Hier nochmal die Grafik für Sie. Schauen Sie. Allround mit der PE 1690 und der 569, der obere. Dann kommt für Sie oval mit der PE 1691 und der 569. Slim mit der PE 1692 und der 569. Und Fashion ganz unten mit der PE 1693 und der 569. Jeweils 9,41 Euro an der Stelle. Das ist ein super Preis für unsere tollen Sonnenbrillen Clips. Und dann können Sie hier direkt loslegen. Egal ob beim Fahrradfahren oder dann auch im Alltag. Beim Shoppen zum Beispiel. Sie sind immer bestens gegen die Sonne gewappnet. Für den Urlaub ist das auch eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Und Sie sehen es, wenn Sie es abnehmen wollen, wenn Sie es ins Innere kommen, hat man das auch zack wieder von der Brille runtergenommen. Und dann kann man wieder seine ganz normale Brille aufsetzen. Ja, und gerade wenn man Rad fährt, könnte so eine Sonnenbrille wirklich Gold wert sein. Weil Sie wissen, dass wenn Sie eine Brille tragen, dass die Sonne dann unter Umständen noch stärker blendet, als wenn man gar keine hat. Und deshalb Sonnenbrille unbedingt angeraten. Auch beim Radfahren. Und wir sind ja hier immer noch bei unserem Pedelec. Und da muss ich sagen, ist das jetzt natürlich die optimale und die günstigste Art und Weise, hier aus der Sehhilfe, aus der sowieso schon getragenen Brille, eine Sonnenbrille zu machen. Ohne, dass ich da zum Optiker muss. Sondern das klippe ich einfach auf meine schon vorhandene Brille. Und das für kleines Geld. Sieht auch ultra schick aus, muss ich sagen. Oder? Das geht so einfach. Also das ist wirklich der günstigste und einfachste Weg. Deshalb mich begeistert das auch total. Zack, drauf. Und es passt perfekt dadurch, dass wir jetzt hier diese unterschiedlichen Formen haben. Deshalb, Sie können auch gerne noch mal alle Formen dann anschauen unter www.pearl.tv. Wir blenden hier aber jetzt noch mal alle Formen mit den passenden Bestellnummern ein. Schauen Sie einfach nach Ihrer Brille nach der Form. Und dann können Sie die hier auch noch mal bestellen mit der passenden Bestellnummer. Ansonsten einfach unter www.pearl.tv auch noch mal schauen. 9,41 Euro. Egal, welches Modell Sie jetzt hier bestellen, ganz, ganz clever mit dem jeweiligen Clip. Einfach aufklipsen und schon sind Sie bereit. Also super genial das Ganze. Und wir haben gerade ganz viele Anfragen bezüglich unseres Fahrrads bekommen. Ja, wir zeigen es gerne noch mal. Sie können direkt zu den TV-Sonderpreisen zugreifen. Unser tolles Club-Pedelec für Sie. 446,41 Euro, der TV-Sonderpreis. Der ist jetzt für Sie noch mal gültig, bis zu zwei Stunden nach der Sendung. Die Bestellnummer, die NX 9510 und die 569. Die nächste Lieferung kommt dann im April. Da sind Sie auf jeden Fall dabei, wenn Sie jetzt bestellen. Sie haben hier den Akku mit dabei. Sie haben das Ladegerät mit dabei für 446,41 Euro. Das Ganze klappbar mit diesem tollen bürstenlosen Motor, die Tretunterstützung. Das ist jetzt ein Wahnsinnspreis. 446,41 Euro. Ja, also kommen wir noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung von diesem Fahrrad. Bürstenloser Motor mit enormer Kraft. Ein Akku, der 28 Kilometer weit Sie permanent unterstützt. Eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer. Und trotzdem das Ganze führerschein- und versicherungsfrei. Also einfach zuschlagen, weil Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Vielleicht haben Sie auch schon Prospekt gesehen von solchen Pedelecs. Und da muss ich sagen, die liegen über 1000 Euro. Hier bekommen Sie zwei dafür. Und das ist auch unsere Empfehlung. Ja, auch an den Partner denken. Bestellen Sie gleich zwei. Ja, greifen Sie gleich zu. Die Kollegen im Callcenter sind noch mal für Sie da. Und dieses Klappe-Lelec für den Preis, das ist super schön. Und da werden Sie den Frühling, den Sommer genießen. Und nicht nur diesen, sondern auch die nächsten, weil Sie halt wieder richtig mobil sind. Richtig tolle Fahrradtouren genießen können. Und das ohne Anstrengung. Deshalb gleich in die Leitung gehen. Und Sie bekommen ja das Komplettpaket hier zu diesem Spitzenpreis. Deshalb gleich bestellen. Viel Freude damit. Vielen Dank.